Herzlich Willkommen zu dem Video. Ich möchte euch noch mal ein paar Informationen nennen zu der Nintendo Xmas Mall Tour in Münzen, wo ihr sie antreffen könnt. Diese findet ihr nämlich von morgen, am 7.12. und am 8.12. statt. An beiden Tagen habt ihr, wie ihr es schon ankündigt habt, die Gelegenheit, mich bei der Nintendo Xmas Mall Tour in Münzen zu treffen. Und ich werde jetzt konkretere Daten nennen, sprich wann, wo und wie ihr misstreffen könnt und was das ganze überhaupt ist. So, erstmal Xmas Mall Tour, aber es ist schon gesagt, da könnt ihr eben in den Riemarkaden, sag ich da jetzt noch was dazu, und da könnt ihr Spieler anspielen und misstreffen und einfach Spaß haben. Hauptsächlich ist eben halt die Tannu-Spieler anspielen. Oder diese Xmas Mall Tour in Münzen findet ihr in Riemarkaden statt, die Riemarkaden ist ein Einkaufszentrum in Münzen, das ist hier bei Google Maps, einfach Riemarkaden suchen, da kommt die hier hin, das sind diese hier, und generell gilt bei den Riemarkaden, die erreicht ihr mit U-Bahn, nämlich mit der U-Bahn, die zum Messe Stadt West geht, also S-Bahn-Anzug gibt es nicht direkt, aber U-Bahn einfach Messe Stadt West, wenn ihr mit dem Auto fährt, in der Willy-Bahn-Allee, kommt ihr zu den Riemarkaden, und dort findet dann eben die Mall Tour Stadt, vor dem Saturn war das, ich glaube ich, der dort ist, also da ist ein Saturn drin, und davor, vielleicht nicht mehr, ob Saturn oder Media Markt war, aber ich glaube, das war Saturn, und davor findet eben diese Mall Tour Stadt, und diese ist eben morgen am Freitag, den 06.07.12. und am Samstag, den 08.12. von 10.00 bis 20.00 Uhr. Es wird auch da sein, an beiden Tagen, am Freitag werde es von, also morgen werde es so gegen halb 4.04 so was da sein mit den Kollegen, und glaube bis 18.00 Uhr, das heißt, 2 Stunden bin ich da, wo ihr Spieler anspielen, die ihr es eben treffen könnt, und ich hole mir dann vor Ort auch noch direkt das neue Super Smash Bros. Spiel, was dann morgen Abend auch noch Livestreamen werde bei der Welt mit so einem Turnier, mehr das für morgen, und auf jeden Fall gilt, ähm, da könnt ihr mich dann eben antreffen, morgen, so ab 4.00 bis 18.00 Uhr in Rimacan in München, die langen Uhrzeiten, wann ich samstags da bin, weiß es noch nicht, die werde ich dann noch über Instagram bekannt geben, dazu gleich aber noch was, und ja, wie gesagt, da könnt ihr mich dann eben treffen, könnt Spiele antesten, ähm, also was, was das Hünn letztes Jahr war letztes Jahr auch, da habt ihr auch einen Vlog gemacht, verlinkt euch den mal oben gestern in der Infobox, und in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal reinklicken, und ansonstigen gilt, ähm, ich werde immer, ich werde natürlich Bilder machen von dem Event, und auch immer mal wieder so kleine Livestreams, und so weiter, und das kommt alles mal in der Insta-Story, hier ist mein Instagram-Account, at GemmaCodesLP, den wäre es dann natürlich sinnvoll zu folgen, wie gesagt, da kommt Bilder rein, sind auch vom letzten Jahr, und in die Story, werdet ihr ab und zu über kleine Insta-Livestreams machen, einfach ein bisschen so die Stimmung, die dort ist quasi, was zu zeigen, sozusagen. Genau, und da wird es dann nochmal bekannt geben, wann Samstag ist dahin geht, das gibt es dann morgen über Instagram bekannt, und schreibt es auch noch meinen Community-Tab, also, ist halt auch Stars überall auf den Laufenden, aber am meisten kommt eben in die Instagram-Story, und natürlich auch sonst gilt, ähm, ich tue das Ganze auch vloggen, und werde die Vlogs dann am 24. hochladen. Genau, nur das End vor eben, dieses Video ist, wo die Xbox Malltour in Münzen, die am 7. und 8. und 12. stattfindet, und am 15. und 12., also eine Woche darauf, wenn ich sie am Samstag in Augsburg bei der Malltour für eine Stunde, wie, wann und wo es genau dann da sein werde, das werde ich es nächste Woche, also noch veröffentlichen im Video, damit ihr da auch beseitigt, weil das weiß es einfach noch nicht. Das war es zu der Information, ich hoffe, und es wird es freuen, wenn einige von euch, falls ihr in der Nähe von Münzen wohnt, kommen würdet, morgen oder übermorgen zum Malltour. Und ja, ich freue mich auf euch, und gerne auf die Malltour, und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, und unseres frohe Weihnachten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, und ciao! Ciao!